Hey Leute, heute kommt kein Video. Das liegt daran, dass man schon am Strand war und ganz viele andere Dinge und ich habe das jetzt nicht vorgestellt. Tschüss. Nee Leute, kein Video heute, Freunde. Dafür machen wir jetzt gerne die Challenge. Challenge. Sagt's mal? Challenge. 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 Und sorry dafür. Die Vlogs zum Wales Trip kommen übrigens in einer Woche oder sowas online. Damit ihr das wisst. Der Lutz kriegt jetzt erstmal seinen scheiß Arsch bezogen. Komplett. Mit einem Kissen, auf dem ich gerade noch draufliege. Aber gleich schon ein bisschen nett. Tschüss.